Hallo zusammen, Testbericht Insta360 Go 2, die vielleicht kleinste Action-Kamera der Welt. Ob die was taugt und was wir damit alles angestellt haben, siehst du in diesem Video. Untertitelung des ZDF, 2020 Und der Disclaimer, das ist ein Testgerät, das uns Insta360 zur Verfügung gestellt hat. Reden wir ganz kurz über das Gerät selbst. Es wiegt nur 27 Gramm, es ist voll funktionsfähig ohne Zubehör. Ich kann durch Druck verschiedene Codes da reingeben und die Kamera tatsächlich bedienen. Ich kann sie auch auf das Handy fernsteuern oder über ein dazugehöriges Gehäuse, wo ich nochmal zwei Buttons habe und ein kleines Minidisplay. Und hier in diesem Gehäuse wird das Ding auch aufgeladen. Die Rückseite ist magnetisch und es gibt dazu einen kleinen Halsband im Grunde, das ich jetzt hier unter dem T-Shirt anhabe. Dadurch kann man sich das so umhängen. Jeder Reiseblogger oder Selfieblogger, dem fällt sicherlich was ein, was man nicht machen kann. Was wir damit gemacht haben, zeige ich in einem Ausschnitt aus einem Video von der Nordsee, das dann in die nächsten Tage kommt. So, was ich jetzt mache, ist, ich brauche ein Hochkantbild in Richtung Turm und ich habe das Brückengeländer mit drinne und ich habe die Spiegelung von dem Turm in dem Brückengeländer so ein bisschen. Was jetzt das I-Töpfelchen wäre, wenn ich es hinkriege, dass sich der Turm auch in dem Wasser spiegelt, mit den Wellen geht das nicht, weil ich es jetzt nicht sehe. Ich probiere aber gerade mal aus, was passiert bei einer Langzeitbelichtung, 30 Sekunden, ob ich dann eine kleine Spiegelung hinkriege oder nicht, da würde ich sogar noch länger belichten wollen. Ich bin aber ein bisschen skeptisch mit den Wellen. Ja, eine Silhouette sehe ich von dem Turm, aber keine richtige Spiegelung, das wird glaube ich nichts. So, ich glaube, das wird so halb gut. Und weil da gerade jetzt anfängt, der Himmel bunt zu werden, gehe ich lieber zu meinem Spot und mache das eine gute Bild, anstatt ein mäßiges und dann das Gute nicht zu haben. Also auf geht's, komm. Locationwechsel. Technische Daten. Videos werden in 1440p aufgenommen. Ich habe natürlich eine starke Bildstabilisierung drin, die man alternativ auch abschalten könnte. Fotos werden mit 2000x2000 Pixel aufgenommen. Interessantes Detail, es ist ein quadratischer Sensor drin. Es spielt also keine Rolle, ob ich so oder so filme. Aber bei so einer kleinen Kamera ist klar, macht total Sinn. Habe ich vorher nie darüber nachgedacht, wie sinnvoll das ist, quadratischer Sensor. Rund wäre vielleicht noch besser, aber quadratisch ist schon ziemlich cool. Ich kann natürlich Timelapses damit machen. Ich kann Hyperlapses machen mit sechsfacher Geschwindigkeit. Zeitlupe mit 120p, das heißt vierfache Verlangsamung für epische Shots. Was man damit alles machen kann, beziehungsweise wie wir den Trailer am Anfang gemacht haben mit dem Motorrad, das erklärt das Sebastian jetzt. Die Fahrszenen, also wie ich auf dem Motorrad sitze und fahre, habe ich mit dem Zugehör hier aufgenommen. Das ist im Endeffekt ein kleiner Clip, den konnte ich mir ans Visier unten machen. Dadurch hatte ich einen schönen Blickwinkel von der Fahrt. Alternativ kann ich den auch an ein Stürmband machen für Sport-Action-Szenen zum Beispiel. Die Szene, wo ich das Moped ankicke, konnte ich auch sehr, sehr einfach mit der Kamera aufnehmen. Weil die magnetisch ist, konnte ich sie einfach an ein Karosserie-Teil hängen. Würde ich jetzt nicht empfehlen, weil dafür ist die Kamera einfach nicht ausgelegt. Es hat gut gehalten, ich habe es immer wieder kontrolliert. Aber wenn ihr selber sowas macht, bitte darauf achten, dass die Kamera nochmal zusätzlich gesichert ist. Die Schlussszene, wo ich hinten am See sitze, dafür habe ich dann das Case genommen, habe die Kamera da einfach reingehangen und als kleines Stativ eben benutzt. Habe ich auf eine Anhöhe hinter mir gestellt. Somit war das wunderbar. Alternativ hätte ich auch ein Stativ mitnehmen können. Hier unten kann ich auch mit einer ganz normalen Stativschraube an jedes gängige Stativ ran. Jetzt habe ich sehr oft Stativ gesagt. Ist gut? Natürlich kann man das für Videoblocks verwenden, also so Selfie-Style, wie das aussieht und vor allem auch, wie sich das anhört mit dem eingebauten Mikrofon, zeige ich. Videoblocken mit der Insta-Go 2. Und zwar sitze ich jetzt bei uns im Bus, die Standheizung läuft, wir wärmen uns ein bisschen auf, bevor gleich die Sonne untergeht und wir wieder rausgehen. Wir sitzen hier an der Nordsee am Leuchtturm, Ober-Eversand. Und ja, natürlich praktisch. Das kleine Ding, aus der Hosentasche ziehen, immer griffbereit. Man weiß, Weitwinkel, ich bin immer im Bild. Gute Sache, glaube ich. So, Fazit. Die Kamera macht Spaß, weil sie so klein immer dabei und so einfach zu bedienen ist. Ich kann sie mit dem Handy verbinden, ich kann direkt hier mit diesem Gehäuse arbeiten oder wenn ich nur das Ding dabei habe, halt nur mit dem hier. Ein kleiner Spaß-Gag zeige ich nochmal. Also die Bildqualität ist wirklich überraschend gut für eine Kamera, die so klein ist. Also einerseits macht einem das ein bisschen Sorge, so Stichwort Spionage. Andererseits macht das halt schon auch echt Spaß. Das Akku ist sicherlich ein kleiner Flaschenhals, der hier drin ist. Hier ist halt ein ganz kleiner Akku drin, der hält ungefähr eine halbe Stunde, was, wenn man ein bisschen plant, völlig ausreichend ist. Und es kann halt in dem Case aufgeladen werden, da ist also nochmal ein Akku drin, genauso wie die Earpods ja auch. Die haben einen kleinen Akku und in dem Case kann man es direkt wieder aufladen. Soundqualität ist auch überraschend gut für so ein kleines Gerät, so lange man keinen Wind hat. Also draußen bei Wind an der Nordsee, das ging natürlich nicht. Das liegt auch in der Natur der Sache, da braucht man halt so einen Windschutz. Da haben wir das externe Aufnahmegerät genommen. Aber für drinnen, völlig ausreichend für viele Situationen. Also gerade für Videoblogger würde ich denken, sehr charmante Lösung. Ansonsten, wenn du mehr dazu wissen willst, verlinke ich direkt auf die Seite von Insta360 mit allen Informationen. Die haben auch immer einen ganzen Haufen Videos rund um ihre Produkte, Tutorials etc. und Anwendungsfälle, sodass du dich da auch inspirieren lassen kannst. Ich hoffe, das war hilfreich und nützlich. Wenn du sie dir kaufst, ganz viel Spaß mit deinen Videoaufnahmen. Ich freue mich über einen Daumen in diese Richtung und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Bis dahin, tschüss.